Hallo, ich bin Smasht und heute zeigen wir, wie man Lobby macht. Genau. Und wir machen das aus Cashews, Reis, Hähnchen und Auberginen. Hähnchen und Auberginen, aber ich esse nicht Auberginen. Genau, das machen Mama und Papa, aber... Dann lasst du schon mal die Gewürze reinschütten. Dann habe ich ein bisschen Kurkoma wieder reingetan. Was macht Kurkoma? So, jetzt habe ich es heute zu waschen. So, jetzt haben wir drei Stücke, vier Stücke, vier Stücke, vier Stücke. Aha, das ist gut. Okay. Das ist was. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018